Es ist 5 Uhr. Danke. Ich hatte fast die Happy Hour verschlafen. Wo ist meine Tochter? Die sind noch nicht wieder hier? Warum komme ich wohl her? Na, ich dachte wegen der Happy Hour. Ich ruf Jake mal an. Mal sehen, wo Sie stecken. Ja, tun Sie das. Hat Ihre Tochter kein Handy? Das hat sie zu Hause vergessen. Kinder, hm? Hm. Es klingelt. Das ist auf so schrecklich vielen Ebenen unpassend. Das ist so. Das ist so.